Moin Leute, der Bex hier und willkommen zurück zum Let's Play von Dark Souls. Ja, ich habe zwar eben schon gespielt und die Schandstadt geöffnet, allerdings ja, genug gefehlt, dass es jetzt mit weiteren Fels weitergehen kann. Ja, das ist eine Aussage wie keine. So, wir steigen kurz mal in Vitalität auf. Ja, so, wunderbar. Ja, die Schandstadt. Kein schöner Fleck. Gibt ganz schön viel Gift dort. Durfte ich eben schon spüren. So. Ja, und ich habe jetzt eben eine Woche nicht gespielt. Dadurch habe ich jegliche Informationen zum Bossen, ähm, ja, vergessen. Boah, da spieße ich halt ultra laut. So, jetzt geht's wieder. Ja, ich habe jegliche Informationen zum Bossen vergessen. Ich weiß, dass da unten noch, ähm, die Spinne lauert. Ja, die Spinne. Das kann Spaß werden. Mit einer fucking Spinnenphobie. Ähm, ja. Mehr weiß ich aber gerade nicht an Bossen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn wir die Spinne erledigt haben, dann kommen wir zu so einem Golem. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Wir werden einfach mal abwarten. Und, ja. Da hätten wir die neue Gegnersorte. Ah, na wunderbar. Äh, 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 nein. So, okay. Stopp. Die fressen so unglaublich wenig Schaden. Ja, gut, eigentlich, eigentlich, oh. Gut, gefällt mir. Eigentlich wollte ich sagen, die fressen so unglaublich viel Schaden. Wenn sie wenig fressen, dann werden sie ja schnell tot. Das sind sie aber leider nicht. Ähm, ja. Und da drüben ist es noch eine neue, äh, ist noch eine neue Art von Gegner. Mit Giftpfeilen, ja, das wird ein großer Spaß, wirklich. Weil jetzt ist das Bonfire wieder weiter von uns weg. Und dadurch wird es wieder nerviger. Aber na ja. Hallo? Wow, 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 ihr seht schon. Die sind auch ziemlich giftig. Oh, crap. Das hier wird also kein Spaß, ja. Das wird einfach nur... Oh, ja. Okay. Na, komm her. Komm mit mir, Bro. Na, komm. Vielleicht hätte ich gleich so viel Ausdauer verbrauchen. Ja, geil. Backdaten. Ach, sonst scha... Ja, geht doch gut. Gut. Was genau dieser Schreibezweck soll? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. So, geht doch. Also, ich seht schon. Mehr als einmal sollte man sich von dem Viech nicht treffen lassen. Das kann das ziemlich böse enden. Und da drüben ist irgendwo so ein scheiß Bogenschütze. Ich weiß noch nicht genau wo. Oh, crap. Er ist noch nicht da. Gut. Oh, fuck. Wie viel von denen? Ist da drüben ein Bonfire? Sieht das nur so aus. Das... Ne, das sieht nur so aus. Fuck. Nein, wie machen wir das? Da... Ich... Ich weiß gar nicht, wo genau der Bogenschütze ist. Der hat keinen Bogen. Doch, der... Oh, der hat eine Armebrust. Jawoll. Ähm, Moment. Geht der da in Position, um mich zu killen? Oder was macht der da genau? Egal. Oh, das ist auch einer. Fuck. 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 Oh. 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 Oh, böse. Böse. Holy crap. Wo? Da drüben. Oh, nein. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Kein zweites Mal. Wow. Damn you. Alter, wo bist du? Wo bist du? Da. Genau da. Okay. Ich hab dich gleich, mein Freund. Alter, wie ich Bogenschützen hasse. Oh, crap. Ähm. Ähm. Oh. 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 Okay. 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 Das ist kein Bogenschütze. Der hat einfach nur so ein scheiß Blasrohr. Okay. Wie vorsichtig wir hier unten sein müssen, ey. Wie krass ist das denn? Okay, dass keiner. Ah. Shit. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Was. Okay, okay. Gut. Was. Nein. Nicht runtergeleitern. Böse. Böse. Ah, oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Alter, ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, ey. Was ist denn da für eine Bude-Puppe in der Hand? Das Bude ist von Bude-Puppe irgendwie weit entfernt. Oh, shit. Ich will zum Bonfire, jetzt sofort. Moment, wir können da... Fuck, hier gibt es so viele Wege. Okay, ist hier unten irgendwas? Das sieht nach... Das sieht gut aus. Okay, sehr schön. Wow, das sieht sogar ziemlich leer aus. Aber wenn wir mit dem Schild rumlaufen, das könnte sonst ziemlich tödlich enden, ne? Und das wollen wir alle gar nicht. Ah, komm, wirklich. Stirb. Oh, 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 crap. Alter, Alter. Holy, what the... Alter, willst du mich verarschen? Wie viel Schalt machst du mir? Moment, da kommen wir nicht her. Sehr schön, das ist eine Seele. Okay. Wir haben immer noch genug Estos Flanks. Was ist das da unten? Das ist aber nicht schon die Spinne, oder? Oh, crap. Ich glaube, das ist echt schon die Spinne. Okay. Hier können wir nicht weiter. Gut. Heißt also, wir müssen... Ja, wo müssen wir genau leiden? Ich habe den Weg noch nicht raus. Ne, da sind wir runtergeklettert. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Ach so. Alles klar. Äh. Okay. Wer konnte das daran? Was ist hier? Was? Versuch's mit Durchbruch. Mhm. Hier ist auf jeden Fall nichts. Doch, das ist ein Weg. Oh, nein. Hunde. Ach, warum? Verdammte Scheiße. Ah, fuck. Wenn ich eins im Spiel habe, dann sind es Hunde. Hunde, die Feuer spucken. Ja, natürlich. Seems legit. Ne, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Oh. Oh, oh. Holy crap. Ähm. Oh, nein. Hallo. Alter. Was doch. Verpiss dich. Oh, oh, nein. Nein, fuck. Oh. Nein. Nein. Wieso nur? Das kann doch nicht sein. Oh, fuck. Okay. Also ab diesem Moment. Äh. Könnten wir schon mal mit 100 Parts mehr rechnen, ja? Oh, 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 oh. Fucking Scheinstadt. Also möglich, im Gegensatz zur Scheinstadt ist ja, sind ja die Untiefen irgendwie noch das Paradies. Das möglich, im Gegensatz zur Scheinstadt ist das hier noch übersichtlich. Verdammt. Ja, gut. Ich bin noch weit vom Rage-Level entfernt. Ich habe schon viel zu lange nicht gespielt, als dass ich, äh, direkt wieder ragen würde. So. Na dann. Auf ein neues. Ja, ist gut. Halt's mal raus. Ah, fuck you. Oh, gleich zwei. Natürlich. Warum nicht? Oh. Oh, bevor ich hier selbst runterfahre. Ja, ja, komm. Jawohl, du meinst, wäre weg. Oh, 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 okay. Na, komm jetzt. Ja, nochmal, nochmal. Oh, nein, vergiftet. Fuck. Ah. Wow. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell dieses Spiel zum Himmel kommt, dass ich keinen Bock mehr auf das habe. Elegant 4,5k Seelen verloren. Ah, wunderbar. Das ist Dark Souls, meine Freunde, das ist Dark Souls. Seelen verlieren like a boss. Ich muss nur das erste fucking Bonfire erreichen und schon haben wir es eigentlich, ja. Klar, da unten ist es relativ schwierig, aber trotzdem. Es ist nur das erste Bonfire. And everything will change. Und dann schlage ich auch gerne mal Kisten, ne. Aus Frust, ja. Ah, fucking Schandstadt. Das sieht hier auch wirklich, man ist hier draußen, es sieht echt einladend aus, so schön hell und... Ach, es kann doch gar nichts Schlimmes passieren, es kann doch gar nichts Schlimmes kommen, ja. Und dann... Dum, dum, dum. Ähm... Fucking Darkness, ja. Einfach nur dunkel wie Sau. Man sieht nichts mehr, also gut, man sieht schon noch was, aber... Boah, ernsthaft? Wir sollten einfach versuchen, den vom... Hopp! Wir sollten einfach versuchen, den von der Plattform zu drängen, ja. Das klappt immer, ja. Stattdessen werfe ich mich einfach mal elegant runter. Auch... Ruh